In der Zwischenzeit fangen wir mal an, uns um die großen Schlafzimmer zu kümmern. Also ja, hier wären 3er Zimmer. Ah ne, ich habe 2 immer Platz gelassen hier. Das ist in Ordnung. Also hier wären 2er Zimmer, hier wäre der Gang. So, und hier wären 3er Zimmer. Dann wäre hier gegenüber der Gang nach oben. Das sollte erstmal ausreichen. Und ja, machen wir mal den kompletten Block hier. Hm, das ist falsch. So, bereiten wir den schon mal für weitere Schlafzimmer vor. Ähm, ne, so viel brauchen wir nicht. Das sind dann neue Schlafzimmer hier. Hm... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Ist groß genug. 6, 7, so, dann planen wir schon mal die ersten beiden Nobel-Schlafzimmer hier. Dann gucken wir mal, was brauchen wir. Wir brauchen Beds. Zwei Stück. Wir brauchen... Wir brauchen... Table. Auch zwei Stück. Blockfone brauchen wir... Auch zwei Stück. Auch... 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 Auch zwei Stück. Auch... 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 Ähm... Was braucht denn hier noch? Ihr braucht ein... Study, ein Dining Room... Und diesen Quarters. Und diesen Quarters. Und das heißt, wir stellen denen auch jedem eine Statue rein, am besten. Ähm... Work Orders. Ähm... Also was jeder kriegt, von denen kriegt auch einen Armour-Stint. Und zwei Rock Statues. Das ist Furniture, oder? Ja, Statue. To Action Badge. Ja. Mh... Mh... Book Cases... Offering Plays sicher nicht. Ähm... Okay, zwei Dis... Okay, machen wir fünf Displaces gleich mal. This... Make Display Case. Okay. 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 Now we're gonna do our 거의 here. Machen wir noch mal kurz Pause. Hedge, Construction, Needs. Ich gerade suche, Machines. Cages, Traps. Cages, Traps. Cages, Traps. Cages, Traps. Cages, Traps. Cages, Traps. Da frage ich mich aber gerade, wofür? Äh, nicht du? Für was ist... Nicht Buckees, sondern ich habe es per Destel gut. Nicht Buckees, sondern ich habe es per Destel gut. Machen wir jetzt mal zwei Walk-Pedestels. Aber wirklich nur zwei. Ach ja, und hier ist das Ding, ob die Order angenommen wurde. Gut, wenn ich mir das gerade so ansehen, wenn ich mir das gerade so ansehe, wir brauchen neue Barrels. Ich hätte jetzt mal 10. Und dann müssen wir mal wieder an die Oberfläche gehen. und mal wieder ein paar Bäume fällen. So. Und wir safen mal wieder, weil Spring ist. So. Dann geben wir mal wieder den Auftrag, Essen herzustellen. Wir haben zwar jede Menge prepared Meals. Also, Essen müssen wir nächster Zeit keins kaufen. Um Drink mache ich mir eher Sorgen. So. So wie das aussieht. Ah ja, doch. Der Boot kommt und fällt Bäume gut. So, dann die beiden Räume müssen wir schon mal schleifen. Und dann müssen sie noch engraved werden. Aber ja. Aber ja. Meine Sorge gilt jetzt gerade der Küche. Bua. Bua. Wenn ich die Lied klicke, ist der Bua weg, oder? Ja, da ist der Bua weg. Bua weg. Und, äh, Parming. Dann. so, so, Bua. Und das kriegt der Bua. So, dass er jetzt nichts mehr macht, außer braun. Haben wir uns da verstanden? Ja, okay, er schläft gerade. war kann. Ja, 葉 phenomena. Sadrرب. bu 표. Letrerfl пока. So. Wir sehen uns doch überlegen wir mal knapp ist dem werden gerade sweetpots angebaut sehr schön und ja ich werde sweetpots jetzt auch wieder verbrauen ist besser also sweetpots und caveweed ja so die teile werden jetzt zu schießen ja und keiner macht sich die mühe die finne kurz sachen zurückzubringen ok was haben wir denn schönes fischcleaner und das war's eigentlich ja neun farme hmm fishery worker fischcleaner und ein farmer und ein kind ok hier ist die frage ist dieser farmer wirklich auch ein farmer dieser farmer ist kein farmer thresher und sharer bist du das ist kein guter farmer so jetzt probiere ich mal furniture und display ah ja man kann diese charke pedestal als display benutzen so gucken wir mal ob das eine aufbaut wir brauchen auf jeden fall meine größere halle und dann auch noch die extra zimmer am besten so pedestal assign new display item ähm 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 ok wir haben hier ein paar display item ähm 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 amos dan kann ich platzieren Wetter unter Weapons? Nein. Und nochmal. Objects. Ein Zepter. Ja. Kriege ich das nicht gefunden. Doch. So, Dankeschön. Dann platziert das Ding da mal. Dann können es die Zwerge nämlich sehen. So, jetzt ist es da platziert. Man sieht es auch schön. Aber, das ist jetzt die letzte Amtshandlung für heute. Es ist mal wieder Zeit. Für einen Cut. Also, Save Return to Title. Ich muss ja sagen, ich bin froh darüber, dass im Augenblick noch alles relativ ruhig ist. Wenn ich mich an andere Let's Play Versuche zu erinnere, sind wir ja im ersten Jahr schon von irgendwelchen Wehrbestien oder anderen Monstern überfallen worden. Ohne, dass wir was dagegen tun konnten am Anfang. Es war nicht schön. Gut. Aber jetzt erstmal einen Cut. Bis gleich. Bis gleich.